So, ich habe den Timber-Mod drin, ok. Verstanden. Ja, auch gut. So, hier abbauen. Hier abbauen. Die einen mögen es als Cheaten betrachten, die anderen als Zeitersparnis. Ich betrachte es als Zeitersparnis. Das ist mir eigentlich auch egal, weil von der Zeit her, ich habe ja sowieso genügend Zeit, da ich ja ein Bett habe. Und auch wenn ich keine Zeit hätte, könnte ich mir leicht eins craften, denn man sieht, ich habe einiges an Schafen. So, Birkmalz hier. Ich habe noch ein bisschen Birkmalz bekommen. So, das ist gut. Zwei. Und das war's. Jetzt habe ich ein bisschen viel an den Stufen gemacht, aber ich dachte mir so, die verbrauche ich jetzt einfach mal. Ist mir auch egal. So, 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 so. Trollolol. Loll, lolol. Brauche ich den hier lang? Da unten in der Höhle, die ich zugebaut habe. Scheint ein Skelett zu sein. Jedenfalls höre ich so eins. Und ziehe hoch. Äh, das führt da hin. Das kann ich hier mal kurz umbauen. Okay. Gut, es sieht nicht gerade wie das Gelbe vom Ei aus, aber für meine Ansprüche reicht's. Dick, dick. Mein Höhle-Skelett, hoffe ich. Und sonst ist meine Tonentstellung ein bisschen doof. Oh, das wären wir dann eigentlich ziemlich egal. Okay, hier muss ich ein bisschen freilegen. War ganz gut, so viele zu machen, denn die gehen weg wie warme Semmeln. Okay, ich habe schon wieder welche nachgefüllt bekommen. Ähm. Gut, das sieht scheiße aus. Ist mir auch egal. Hier muss ich noch lang. Und dann. Okay, man kann sie einfach überbrauen. Die Gräser, das ist sehr gut. Jo, jetzt sind meine Wege komplett. Äh. Das sieht nicht gut aus. Das auch nicht. Ich lasse es halt einfach. Oder mach's so. Nee, nö. Annehme ich einfach so, wie eben war. So. Das ist einfach so. Was zur Hölle. Was war das? Okay, das war ein. Endermann. Trau ich mich? Du hast mir einen Pilz gestohlen. Fick gleich. Äh. Hallo? Bäh. Okay. Endermann. Weg. So, mal gucken. Was gibt es denn noch? Ich habe hier noch die Schere. Damit könnte ich mal kurz meine scharfe Schere. Mhm. 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 Daraus mache ich jetzt noch ein bisschen Sticks. Äh, ja, Sticks. Bestimmt, ja. Ich sticke die Sticks zum Stick. Äh, what the fuck war das? Keine Ahnung, was heute mit los ist, aber irgendwie ruckelt's. So. Ja. Schön. Ich habe 17 Wolle. Damit soll ich der 64er Stack übertrumpft haben. Ja, habe ich auch. 14 Wolle mehr. Also, ich finde das ja Stack. Sehr schön. Das bringt nichts mehr. So, 46. Äh, 64, 14. Okay. Das kann wieder hier rein. Und Ende. Ich sage dann einfach mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.